Wir sind heute hier in der Theon Wärmestube in Neukölln und kochen heute mit der Nachbarschaftshilfe. Das ist Katja, das ist Patrick, die schon seit zwei Jahren zu Gange sind hier und wir machen ab und zu die Sonntage und machen einfach ein schönes Essen. Heute gibt es Kassler, Kartoffeln, Gemüse und eine schöne Quarkspeise dazu und wie gesagt 15 Uhr ist die Ausgabe und dann geht es los und wir sind schon ganz schwer am Arbeiten, damit auch 15 Uhr dann die Zeit stimmt. Und ich lade alle ein, sie können gerne hier als Gruppen kommen. Wir haben viele, viele Gruppen, die schon gekocht haben hier, vom Bezirksamt, von den Fraktionen, von der Post. Also wir haben, wir laden immer alle ein und können sonntags hier mal kochen. Man muss natürlich wissen, dass natürlich alles mitgebracht werden muss, weil die Theon Wärmestube natürlich auf Lebensmittelsspenden immer angewiesen ist. Und jetzt machen wir los und jetzt wünsche ich dir und uns auch viel Spaß. Die Ginate G知道 G знак G G August Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020